guten morgen freunde freunde der nächste daily vlog steht an und ja ich fahre jetzt zur frühschicht und nehme es natürlich wie immer so gut es geht mit durch den tag und schauen wir mal was wird und So, Freunde, Freunde, als du kennst, wie bin ich zu Hause heimgekommen und ja, jetzt werde ich jetzt mal chillen, YouTube gucken, dies, das, so Freunde, Freunde, ich bin es mal wieder für das Geschnitt und ja, ich sollte eine Statistik führen, wie oft ich vergessen habe, für die Vlogs die Verabschiedung aufzunehmen, so auch in diesem Vlog und ja, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr bis hierhin geschaut habt und freue mich natürlich über jeden Support und wenn ihr konstruktive Kritik habt oder Verbesserungsverschläge, immer gerne in die Kommentare damit, ich mache das Ganze nebenbei und könnte, wenn ich mir mehr Zeit nehmen würde, auch meine Vlogs viel, viel besser machen, aber ja, vielleicht kennt ihr ein oder andere das auch, ihr kommt von der Arbeit nach Hause und fallt einfach komplett kaputt um und pennt erstmal ein paar Stunden, dann ist der halbe Tag rum, dann musst du noch dies machen und jenes machen, gerade wenn man eine eigene Wohnung hat, ist es manchmal echt anstrengend, aber naja, ich gebe mein Bestes und wenn ihr hilfreiche Tipps oder sowas habt, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare ballern. Und ja, das war es auch schon mit diesem Vlog, ich hoffe, wie immer hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Like und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn euch gefällt, was ihr seht, das würde mich sehr freuen und unterstützen und es ist kostenlos und genau. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein und bis zum nächsten Vlog. Macht's gut, ciao, ciao.